So, Recover, unsere Map kommt. So, Sentinels sind wir. Passt auf die Nades auf, da vorne. Ja, auch mal ne I. Ah, ne, ich spiel' nicht I. Das ist einfach nicht meine Waffe, dann kann ich... I.W.A. oder B. Ich spiel' die Overkill hier mehr mit ISM. Ich hab' ja gesagt, auf die Nades, die sind jetzt wichtig. Ja, ich hab' Trophy dabei, ich hab' Trophy dabei. Ja, bringt mein Troll nicht, bringt mein Troll nicht. Ja, dann nimm' du die Bombe und push' direkt zu A-Bomb. Hier Nades kommen, dann kommen zwei weg und ein Deck. Die Trophy ist weg. Ich hab' mich gesehen. Hab' ihn. Noch einer! One-Shot! Hab' ihn. Guck' back, guck' back, guck' back! Einer muss weg gucken. Oh mein Gott, ich bin so One-Shot. Er spielt um, er pusht. Nice. Kommt. Nein. Let's go, Mann. Die Flash hat mich so gerettet. Ja. Ich spiel' nur fast ohne Nades. Ah, ich spiel' auch mal noch andere Waffe als die mehr. Ich muss mir einen 9er kaum machen, aber das sieht so scheiße aus. Meinst du das mit der 5 oder mit dem Doppel-I da hinten noch? Das fack' irgendwie ab, ja. Ja, ja. Destiny. So, die Leute, die es nicht lesen können dann. Oh, jetzt bin ich ganz anders gelaufen als sonst. Na ja, servst du so wie ich. Sorry, Digga. Voll verwirrt, Alter, weil ich voll, keine Ahnung, gehypt bin. Von dem Match. Doch, gut. Er geht wieder um. Ja, einer bei einer Bombe, One-Shot. Auf der Snipe. Wow! Nice One-Shot! Was kam denn hinter mir? Ich hab da die ganze Zeit da hingeguckt. Oh, man. Auslöfte einfach so easy. Alex, weißt du, äh, Ding? Ähm. Ob die Astro, ob die einen Astro oder so haben? Der ist doch gar nicht geil. Aber der ist einer der besten PS4-Spieler, das ist klar. Der ist wieder A. Das weiß ich. Oder Halfpoint auch. S&D ist einer der besten, ja. Hab Hitmarker bekommen. Push nicht. Einer ist B, One-Shot. Arvin. Der Ente. Zeigen rein, wir müssen zusammen bleiben. Ja, ich bin mir rein. Ganz anders. Der ist bei mir, der ist bei mir! Wo ist der? Ich weiß nicht, wo du bist. Ich bin, äh, Top-Ilu. Ne, unten, ja doch Top-Ilu. Ich bin ein bisschen mit Kopf, Digga. Nicht einfach da hinlegen. Kauf die Bombe. Digga, was machst du? Geh weg, geh weg. Oh mein Gott, was hast du gemacht? Das war grad echt komisch. Königs? Ha? Was war das? Aber ja, was denn? Ja, du hast ihn irgendwie nur angeguckt und bist einfach da stehen geblieben, solange wir nach hinten gelaufen. Ja, ich hab ihn hier gar nicht gesehen, keine Ahnung oder so. Hä? Was? Was soll das denn gehen? Ach du Scheiße. Erst wo er dann geschossen hat. Hä? Das ist ein schlechter Scherz, Alter. Das ist ein Witz. Du musst es abblownen, Alter. Du siehst sofort, was du gemacht hast. Denkst du dir auch so, was? Ne, ich denk mir grad das selber an. Nein. Scheiße. So, komm. Push meine Ahre richtig schnell entgegen. Der ist ganz back-spawn. Tö, 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 tö. Ja. Er ist ganz hinten hinter Phil. Nicht pushen. Nicht pushen. Ja, bleib einfach. Mit IMR, du kannst. Geh weg, blieger, geh weg. Geh weg, bitte nicht alleine lassen mich. Spiel. Nein, nein. Die Bonker gucken. Oh. S-Circle. 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 S-One-Shot. 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 Ich muss doch von der Distanz. Ich hab sonst ASM. Was soll ich denn sonst machen? Jetzt mal ehrlich. Mach's das schon, Digga. Hat dich gesehen, er hat dich gesehen. Ich denk du bist dann. Pass auf die Nate. Oh mein Gott. Boah. Oder so pushen. Guck B oder? B oder A. Geh da planten. Geh, ich denk B. Nice. Nice Freaky. Halleluja. Freaky ist voll am Switten. Ich auch, alter. Oh mein Gott. Es ist aber die Hitbox wieder von A. Ja, ich bin doch auch geschwungen beim Nifen. Ja, ich weiß. Nice. Ghost Knife hat's trotzdem connected. Mein Herz. Ich hatte ihr die Nate gegeben, Alter. Das erklärt schon alles. Ich hätte auch sterben können, aber ich hatte Kugelweste. Ich habe einen Ramp, 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 Ramp. Ramp ist down. Beide da. Einer unten, Ilu. Hab ich. Beide. Einer nur noch, kommt. Ihr wisst, dass er im Spawn ist. Bei mir. Bei mir. Ich habe Ramp, ich habe Ramp. Watch auf B, Watch auf B. Jail nicht down gehen. SB auch rein, der geht um B rein. Läuft oder so? SB rein. Der geht um B rein, ne? Er ist schon an dir vorbei, Alex. Ja, ja, er ist an dir vorbei. Er ist schon an dir vorbei. Ja. Er ist schon an dir vorbei. Nice, Digga. Kommt, Alter. Kommt, Alter. Und Riot ist nicht richtig eine Map, Alter. Die feiere ich am meisten. Destiny weiß, wer Riot mein Lieblingsmap ist. Ja, ja. Da kann ich meine Sniper dann auch wieder richtig benutzen. Halt defensiver war, als vorsichtig, aber... Komm weiter, wir gewinnen das jetzt. Wo schon wieder war. Ich pushte jetzt ein bisschen anders. Oh, Digga. Du nimmst jetzt gleich, was ich gemacht habe. Er knife mich. Er geht back wieder zurück. Er geht zurück. Boah, beide back. Bombe ist feier irgendwo. Ah, schade. Aber so hoch kann ich nicht schnell gucken. Nein, der andere kam von hinten. Ich kann mit Empfindlichkeit 4 nicht so hoch, Alter. So schnell. Guck. Der von oben, dann von hinten. Ja. Ja. Engal, alles gut. Nein, der war auch oben. Ja, ich weiß, dass der oben war. Deswegen hab ich ja auch... Ja, nein. Da guck, der andere oben war. Ja. Egal, kommt. Ach, in Meinschall empfindlichkeit 4 oder sowas fuck voll ab, aber muss man... Keine Ahnung. Ich komm richtig gut klar mit, ja. Weil mit Hochvisieren oder so dauert ja voll lange. Weil mir auch noch Dings Control... Ich pushe mal hier ein bisschen gegen. Ja, sie pushen mich schon wieder, ne? Ja, zu zweit. Ich kann da nichts machen. Einer ist schon wiederum, ne? Ja. Dick, oh! Muss einem hier vorbei, dann konnte ich nicht schießen. Dom war der letzte. Nice. Let's go, Alter. Brain-lose Huren-Söhne, Alter. Ja. Ja. Jetzt wirft den ab. Oh nein, jetzt genau. Lol. Nice. Komm, Alter. Wie schaffen das? Ich bin mit Sniper jetzt mal ein bisschen auf Arno. Hm? Wir dürfen nicht pushen, die dürfen nicht pushen. Die sind jetzt 100% wieder im Spawn, so wie gerade. Die wollen uns einfach nicht pushen. Schneid dir die Spassen kurz. Ja, die sind wieder hinten. Nice. Die Name von Backspawn, die Name von Backspawn. Ii. Top Yellow. Er ist runter. Einer. Einer surcelt, surcelt, surcelt und einer. Oben wieder Top Yellow. Surckeln immer noch. Pass auf. Pass auf, dass ich hier rechts Cut ist, da. Ein kleines Steg hier rechts. Bleib am besten einfach drin hier. Oben. Wo bist du, Phoenix? Der Yellow, in dem Haus. Nessny hat richtig gesehen, ich schwöre. Wusste es irgendwie. Nee, das haben wir nicht gesehen. Nee, das haben wir nicht gesehen. Der ist bei B, äh, Phoenix. One shot, one shot, one shot. Nice. Nice, kommt. Let's go, Jungs. Komm weiter, weiter. Egal, was wir... Nice. Nice, Leute. Werden wir jetzt mal weggehen sollten. Alex. Alex Carriert. Alex hat den Rucksack. B oder A jetzt. Komm, Alter. Weil ich hier... A oder, oder... Missivism, mir ist egal. Ich umlauf die... Nee, nochmal wie vorher. Geh mal über Yellow. Der, ich kann nicht. Er ist so wand. Bei der A-Bombe. Nice. Der Letzte ist bei der A-Bombe irgendwo. Komm, Freaky, Freaky, komm. Nice. Warte, warte. Nice, Freaky. Let's go. Alter. Das war ne richtig feier Lessen in die Runde. Auf gegen die. Nichts zurück den 13-Kills. Scuff regelt. Boah, Warren hab ich richtig weggeaimt, Alter. Nee, Alter. Richtig nice, Lungs. Zu mir merk ich grad voll, Alter. Ist so nice. Ich pack mir die auch rein. Ich bin nicht schlecht mit dir. Lass mich in den Rucksack. Auf beideid.